Liebe Leute, willkommen zu einer neuen Folge Spuk, Terror und Gedärm. Heute fast mit dem Abschluss unserer Unchroniken von John Carpenter. Und ich begrüße Carsten bei mir, der den Filmtitel, den heutigen, einfach nicht aussprechen kann, ohne zu seufzen, wie wir festgestellt haben. Nein, es geht leider nicht. Denn es geht heute um einen sehr unbeliebten Film, fürchte ich. Das ist Ghosts of Mars und wir haben den auch wirklich sehr, sehr lange vor uns her geschoben, oder? Ja, die ganze Zeit. Also wir haben ja wirklich, wir haben ja Dinge noch gefunden, wo wir gesagt haben, oh, dann gucken wir den erst. Letztens Bodybags sogar. Oh, Bodybags, ja, dann brauchen wir ja noch nicht Ghosts of Mars, dann lass uns lieber Bodybags gucken. Es wäre aber auch, also ich bin sehr froh, dass ich jetzt tatsächlich irgendwie, ich glaube, vor der Bodybags-Folge noch das unsichtbare Auge gefunden habe, was wir nächstes Mal besprechen werden, kleiner Spoiler. Ähm, damit Ghosts of Mars tatsächlich nicht unser Abschluss ist. Richtig. Also zumindest nicht der Abschluss der Horrorfilme. Ja, also nein, genau, wir hören jetzt nicht auf, ne? Keine Sorge. Also, oder, ich meine, wieso soll mir keine Sorge sagen? Wenn ihr das nicht hören wollt, dann deabonniert uns einfach. Du brauchst es nicht hören, eigentlich. Du brauchst es nicht hören, das ist super easy. Wir zwingen ja niemanden. Nee, das ist jetzt nicht, keiner kommt vor euch. Wie mies wäre das? Ja, einfach so. So Blockwork-Orange-mäßig, weißt du? Mit Stäbchen in den Ohren, damit man die nicht verschließen kann, ja. Na, so wie bei Jay und Silent Bob, wo sie halt die Leute, bei den Leuten anklingeln, die schlecht über die im Internet geschrieben haben und die dann verprügeln. Grandiose Szene. Ja. Die Idee war auf jeden Fall geil. Ja, einfach ausdrucken, die Liste anstellen. Du hast was Schlechtes bei uns gesagt, schon mit dem Baseballschläger. Grandios. Das machen wir ja nicht, ne? Deswegen also, aber wir machen... Ja, also keine Sorge, wir machen das nicht. Wir machen aber weiter. Also, wir haben noch wahnsinnig viele, wir haben noch ganz viele Chroniken. Es gibt ja noch wahnsinnig viele Regisseure, es gibt wahnsinnig viele Autoren, aber es gibt noch wahnsinnig viele Horrorfilme. Und das ist so, wir haben noch genug Material. Ghost of Mars, Jesse. Ich kannte den, du kanntest den noch nicht. Ich kannte ihn nicht. Ich habe mir natürlich vorher mal auf IMDb angeguckt, mit was der gewertet ist und ich musste lachen die Woche, weil eigentlich hatte ich 3,5 im Kopf. Mittlerweile ist er aber bei 4,9. Oh. Ich bin mir aber ziemlich sicher, dass ich das erste Mal vor ein paar Wochen geguckt habe, er noch bei 3,5 war. Interessant. Die ganzen Jason Statham Fans. Ja, oder die ganzen Spuk, Terror und Gedärm Fans. Jo, es könnte ja sein, die haben den abvoted, damit wir da möglichst... Damit wir den schneller dran nehmen. Fallen die Kritiken wieder runter. Ja, Mai. Gott, wie nähern wir uns jetzt dem Film? Das ist auf jeden Fall... Film ist aus 2001. Das heißt, der ist zwei Jahre vor The Ward, ne? Nee, The Ward war 2010. Oh, oh. Ja, genau, neun Jahre später. Oh mein Gott. Das ist ja auch das Schlimme an Ghost of Mars eigentlich. Der ist ja gefloppt. Also, wirklich richtig übel gefloppt. Mhm. Nachdem Vampires, ja, über den wir letztes Mal geredet haben, kommerziell erfolgreich war. Und eigentlich so ein bisschen John Carpenter wieder in die Richtung gedrückt hat, so, ich will jetzt Filme machen. Mhm. Ist dieser Film halt eben richtig schief gelaufen und danach hat John Carpenter das Handtuch geworfen. Mhm. Er hat gesagt, er möchte eigentlich nie wieder Filme machen, er hat keinen Bock mehr. Und da hat er sich ja mit The Ward nochmal umentschieden. Ja, leider. Leider, genau, wie treue Hörer ja wissen bereits. Genau, aber warte mal, dann ist Ghost of Mars war aber dann vor Body Bags. Nee, auch nach Body Bags, ne? Nach Body Bags. Body Bags ist ein 90er Film, ne? Ja, Body Bags war 95, glaube ich. Sprechen wir über die guten Dinge des Films ganz kurz. Soundtrack? John Carpenter plus Anthrax plus Buckethead plus Steve Vey. Mhm, ist mir auch direkt positiv aufgefallen. Ja. Ist tatsächlich, ja, ist auch nicht das typische Carpenter. Geklimper? Ja, ich will es nicht Geklimper nennen, aber es ist ja mehr so im Hintergrund immer, ne? Also ich habe es ja auch schon mal erwähnt, John Carpenter sagt ja, gute Filmmusik ist ja eher hintergründig und fällt dir nicht auf. Aber das ist so ein bisschen in die Fresse. Mhm. Aber ich finde es geil. Ja, stimmt. Ich habe da ein Zitat gelesen, was ich ganz witzig finde. Das fasst das Ganze zusammen, aufgrund der Musik und der Optik des Films. Zitat. Ghosts of Mars often resembles a riot at a Judas Priest gig rather than a science fiction action movie film. Äh, action movie. Das ist komplett korrekt. Das sieht wirklich aus, weil die ganzen, die Bösewichte in den Filmen sehen wirklich aus wie Leute von einem Metal-Konzert. Ja, das stimmt. Vor allem der Hauptcharakter. Ah, da haben wir es wieder. Da haben wir es wieder. Der Hauptcharakter hat auf jeden Fall, um sich in seine Rolle reinzuversetzen, sehr viel Vampires geguckt. Mhm. Sehr viel Vellek, er wollte Vellek sein. Ja, er hat sich ein bisschen inspirieren lassen. Ah, nur er schreibt noch dümmer. Und sieht eigentlich auch ein bisschen dümmer aus. Ich dachte, es wäre auch da wieder, wäre es so cool gewesen, wenn es Alice Cooper gewesen wäre. Allerdings, hast du gerade mal irgendwie auf dem Schirm, wer den gespielt hat? Äh, wie hieß der denn? Ich weiß nämlich jetzt auch gerade nicht, wie die Figur hieß. War das, ja, wir konnten ja mal eben, also du, also das finden wir doch raus. Big Daddy Mars? Ist er das? Weiß nicht. Äh, weil es wird ja auch, also das mal vorab in dem Film wird gar nicht so viel erklärt, obwohl der Film zu Beginn wahnsinnig viel Worldbuilding macht. Mhm. Ne? Das stimmt. Ich finde es jetzt leider nicht so schnell raus, ähm, weil, ja, wobei Big Daddy Mars könnte sein, ne? Ja, es ist das Einzige, was Sinn macht, finde ich. Ja. Das ist das Problem, weil er ja die ganze Zeit nur rumschreit und auch eigentlich sich überhaupt nicht artikulieren kann. Dann erfährt man seinen Namen leider nicht im Film. Genau. Und das wird auch gar nicht erklärt, weil Leute gar nicht wissen, wer er ist. Schade eigentlich, oder? Ja, irgendwie schon schade. Ich finde es schade. Aber wie gesagt, der Film baut ja eigentlich ganz gut auf. Und zwar spielt der Film in der Zukunft logischerweise auf dem Mars im Jahr 2176. Mars ist kolonisiert von uns. Ich glaube, round the world 600.000 Menschen leben auf dem Mars, ne? Mhm. Also verteilt auf dem Mars, nicht in einem, in einer Stadt. Es ist ein Minenarbeiterplanet und ganz wichtig, es ist ein Matriarchat, eine Mann, Jesse. Ein Matriarchat. Ein Matriarchat. Du hast es auch eigentlich schon richtig ausgesprochen. Ja, ich weiß. Ja, ich muss mich immer übergeben, wenn ich sage, nein, nur Spaß, nur Spaß, nur Spaß. Was man aber feststellt, auf jeden Fall an, aufgrund der Handlung des Films, es ist egal, ob Patriarchat oder Matriarchat, wenn es Idioten sind, sind es Idioten. Ja, es ist richtig. Es ist wirklich scheißegal, wenn die Leute dumm sind, ist egal was. Dann sind sie dumm. Es passiert genau die gleiche Scheiße, egal. Genau, es wird relativ viel aufgebaut, finde ich. Also wie es halt funktioniert, wie die Zivilisation ist und so, ne? Aber das ist interessant, das klingt mir nur durch Texteinblendungen zu sehen. Zu Beginn, es fängt natürlich wieder, der Film fängt wieder so typisch, Carpentern, Kamerafahrten, lange Einstellungen, Texteinblendungen, Credits-Einblendungen. Und da erfahren wir relativ viel über die Geschichte des Films, die aber später komplett egal ist. Ja, das stimmt. Das ganze Worldbuilding hättest du auch wegschmeißen können. Du hättest doch sagen können, hey, wir sind hier auf dem Mars, Kolonie-Überraschung und es laufen komische Leute darum. Ende. Hast du recht. Aber wir waren noch bei den guten Dingen. Was ist noch gut? Natascha Henstrich fand ich ganz gut. Ja, die hat mir auch gefallen. Bekannt aus Species. Ja, aus Species, genau. Sie war ja die Alien-Frau in dem Film, die Leute umgebracht hat. Genau. Was war noch gut? Ich fand eigentlich generell so am Anfang, als ich den Cast gesehen habe, war ich eigentlich schon ziemlich begeistert. Ja. Weil wir haben ja außer Natascha Henstrich noch Pam Greer. Yes. Die ich auch ziemlich cool finde. Absolut. Jason Statham. Mhm. Und Claire Duval. Die finde ich auch ziemlich cool eigentlich. Oh, da muss ich mal fragen. Claire Duval, das Gesicht kam mir die ganze Zeit super bekannt vor. Woher kennen wir sie? Ja, kann ich dir sofort sagen. Ich vergesse es nämlich jedes Mal, wie der Film hieß. Das ist einmal The Faculty. Ja, natürlich. Ne? Ja, und The Grudge sehe ich gerade. Ja, und sie spielt auch in Serien öfters mal mit. Also sie hat sowohl in New Girl als auch in Better Call Saul halt mitgespielt. Ah. In Better Call Saul spielt sie die Ärztin, die Sauls Bruder untersucht. Interessant. Aber ich glaube, ihr Gesicht ist mir am meisten durch Faculty im Kopf geblieben. Faculty übrigens eh auch so ein Film, der leider auch ein total unterschätzender Film. Ich fand den ehrlich gesagt ganz cool. Ja. Wahrscheinlich ist er es heute auch nicht mehr. Aber naja. Ja, Jason Statham ist schon nach seinem ersten Guy Ritchie Film. Nach Bube, Dame, König Gras meine ich. Also er hat schon geschauspielert. Stimmt. Was man nicht glauben möchte. Ja, er hat geschauspielert. Er war noch nicht, also er hatte seinen Durchbruch halt noch nicht. Ja. Aber man kannte ihn schon. Ja, und ich muss sagen, James Woods hat leider den Spitzenpositionen als unangenehmste Figur verloren. Und zwar in Jason Statham, weil er ist einfach unangenehm hoch 10 in dem Film. So sehe ich es. Das ist korrekt. Ich überlege gerade, ob ich ihn deswegen noch störender fand als James Woods. Ich glaube nicht. Okay. Aber sie tun sich nicht viel. Er spielt natürlich Sergeant Jericho Butler. Mänga gut. Übrigens, anstatt Natascha Henstrich sollte eigentlich Courtney Love spielen. Ja. Das wäre ja witzig gewesen. Weißt du, warum Courtney Love die Rolle nicht spielen konnte? Weißt du nicht? Nein. Die Story ist super. Sie hat wohl schon, sie war gesetzt dafür, sie hat schon geprobt. Und dann ist die Ex-Frau von ihrem Ex-Freund mit einem Auto über ihren Fuß gefahren. Was ist das bitte für eine Story? Oh mein Gott. Geil, oder? Sehr geil. Ich weiß halt nicht, ob sie es mit Absicht, also sie wird es mit Absicht gemacht haben. Aber nicht wahrscheinlich, um sie davon abzuhalten, ausgerechnet in diesem Filmbit zu spielen. Sondern einfach nur, weil sie über ihren Fuß fahren wollte. Mega gut. Nehme ich mal an. Ehrlich gesagt sehr schade, weil Courtney Love, ohne Scheiß. Erstmal hat die coole Musik gemacht. Finde ich. Ich weiß nicht, wie du siehst. Ich fand die Musik echt cool. Streckenweise, ja. Und ich fand sie vor allem von der Schauspieler, auf der Schauspielerischen Sicht, zum Beispiel in Larry Flint, da war sie echt gut. Richtig gut war sie. Das ist richtig, ja. Also ich hätte das gerne gesehen in der Hauptrolle. Ich glaube, ich meine, Natascha Henstrich, der kauft man die Badass-Rolle auch ab, finde ich. Ja, auf jeden Fall. Sie macht die Rolle nicht schlecht. Nur, nur, ich finde, sie wirkt halt nicht, also sie wirkt rein optisch nicht wie so eine harte Frau, finde ich. Ich weiß nicht, wie du das siehst. Also sie wirkt, sie, 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 soll jetzt nicht abwertend klingen, aber sie wirkt halt sehr zart im Gegensatz zu einer Courtney Love. Also ich hätte eine Courtney Love lieber gesehen, weil sie hätte, glaube ich, so dieses Ripley-mäßige reingebracht. Ich rede mich hier gerade um Kopf und Kragen ohne jetzt, ich möchte jetzt nicht so komisch rüberkommen. Ich hoffe, ihr versteht, was ich meine. Ich bin mir nicht sicher. Ich bin mir nicht sicher. Also ich fand Natascha Henstrich tatsächlich auch gar nicht so zart, ehrlich gesagt. Vor allem nicht in der Lederjacke und so. Nö, das hat schon gepasst. Okay. Dann bin ich einfach nur Chauvinist. Genau, dann bist du jetzt ruhig. Weil ich hab recht. Dann bist du einfach nur ein chauvinistisches Arschloch. Ja, Carsten, aber das wussten wir doch vorher schon. Ja, das stimmt. Ja gut, ich geb's zu. Ich find Natascha Henstrich sehr hübsch. Ich find sie aber auch sehr hübsch. Siehste? Ja, ist auch nicht schwer. Nee, eigentlich nicht. Man kann jetzt echt sagen, boah, ist die hässlich. Das ist leider sehr schwierig, möglich zu sein. Ja, Pam Greer, du hast es schon erwähnt und es hat einen guten Grund, warum wir ihn als letztes erwähnen. Ice Cube spielt Desolation Williams. Und ich glaube, es ist sogar, nee, es ist, glaube ich, nicht seine erste Filmrolle. Also seine erste, wahrscheinlich seine erste Filmrolle in einem Science-Fiction-Film oder in einem Horrorfilm. Ich denke, er ist, ich war ja nicht bei Boys in the Hood auch schon dabei. Ja, ich weiß nur nicht, ob das vorher war. Doch, das war vorher, 91. Er ist leider kein besonders guter Schauspieler. Und ich hab immer dann ein Problem, ich hab ein Problem mit Ice Cube. Und ich finde, Ice Cube sieht immer viel zu sympathisch aus. Er wirkt einfach viel zu sympathisch dafür, dass er halt immer so hart tut. Ja, ich fand ihn auch nicht unbedingt gut besetzt. Tatsächlich nicht. Tatsächlich nicht. Ja. Mein Gott, worum geht's in dem Film? Und wie bescheuert ist bitte auch der Name Desolation Williams. Richtig scheiße. James Desolation Williams. Ganz kurz Handlung zum Film. Genau, es geht um eine Polizeieinheit, die besagt, Desolation Williams aus dem Gefängnis an einem Außenposten in die Hauptstadt transportieren soll, abholen soll. Dort treffen sie halt auf etwas merkwürdige Gestalten. Kann man das so nennen? Ja, erst mal ja gar nicht. Erst mal ist die Station ja ziemlich verlassen, obwohl die eigentlich irgendwie zu einem Zeitpunkt ankommen, wo da irgendwie Party sein sollte. Stimmt, genau. Und ganz kurz zurückgespult, die Geschichte wird als Erzählung von Natascha Henstrich wiedergegeben. Also was wir sehen in dem Film ist eigentlich die Erzählung von Natascha Henstrich, weil sie wird zu Beginn des Films in dem verlassenen Zug angekettet, der dann halt in die Hauptstadt einfährt, wird sie halt gefunden und anschließend befragt, da sie ein Police-Lieutenant ist. Richtig? Genau, Lieutenant Melanie Ballard. Ballard, würde ich auch sagen. Ja, weil es geht ja nicht um Natascha, es geht ja um Melanie. Genau, sorry. Ich bin immer in diesem, ja, du weißt schon. Okay, genau, es wird halt erzählt und genau, die Einheit, die Desolation Williams abholen soll, besteht nun mal halt aus Melanie Ballard, also Natascha Henstrich, Jason Statham als Sergeant Jericho. Jericho ist auch so ein Name, der overused ist. Wenn du jemanden badass darstellen willst, dann muss er Jericho heißen. Er heißt aber auch nicht nur Jericho, sondern Jericho Butler. Ja, er ist ein Mann. Er ist ein Idiot. Er ist ein knallharter Mann. Genau. Der Rest besteht aus Pam Grier. Sie ist der Commander, Helena Braddock. Genau, sie hat quasi das Kommando über die Truppe. Genau, und Claire Duval ist Bashira Kincaid. Kincaid ist auch so einer. Es hätte eigentlich gepasst, wenn Jason Statham Jericho Kincaid gehießen hätte. Ja, stimmt. Da hätten wir alles Religiöse reingekippt einfach nur. Ja, genau. Und noch einen letzten, dessen Namen mir nicht einfällt, der aber auch irgendwie egal ist. Wie war da nicht noch eine Frau dabei? Ach nee, da war auch noch ein Typ dabei. Das kennst du, er hieß ja, glaube ich. Genau, die Frau, die du meinst, ist die Wissenschaftlerin. Die Wissenschaftlerin, in Anführungszeichen, die auch wieder sehr wissenschaftlich unterwegs ist. Weil sie auch, na ja. Genau, sie finden halt eine leere Stadt vor. Allerdings in dem, nein, 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 anders. Sie finden keine leere Stadt vor. Die Stadt ist schon da, da sind noch Menschen. Allerdings laufen die ein bisschen kopflos durch die Gegend. Nein, die sind etwas kopflos unterwegs. Und zwar finden sie alle Bewohner, so ziemlich alle Bewohner dieser Stadt, aufgehangen in einem Raum wieder, ohne Kopf. Und man könnte meinen, oh, der Predator ist da. Stimmt. Ist aber nicht. Nee, der Predator hatte Urlaub. Genau, der hatte Urlaub. Der war nicht verfügbar für die Rolle. Deswegen hat er die Velik-Cosplay-Truppe gefragt. Vor allem auch der Predator, als ob es nur einen gäbe. Das ist aber der Predator. Wieso denn nicht die Predator? Gibt es eigentlich die Predator-In? Predator-In? Na, ist egal. Jedenfalls, genau, dafür sind aber ein paar andere Irre unterwegs. Und zwar die Kolonisten sind befallen von einem, was ist es, ein Virus, ein Organismus, wie wollen wir es nennen? Ja, ein Virus. Ein Virus, ne? Sie sind befallen von einem Virus und werden zu Kannibalen. Black-Metal-hörende Kannibalen? Die sich selbst verletzen. Selbst verletzen, genau. Also Emo-Black-Metal-Kannibalen. Kannibalen, ja. Die schreien. Äh, da haben wir's ja. Ja, das, genau. Aber am Anfang sieht man die doch noch nicht. Sieht man die so früh schon? Nee. Oder kommt nicht erst die Wissenschaftlerin an mit ihrem lustigen Wetterballon? Ja, die finden sie doch in dem Knast vor. Ach, die hat sich selber eingesperrt. Die hat sich selber eingesperrt, weil das der einzige Ort ist, wo es sicher ist, was auch irgendwie super smart ist. Weil der Knast ist der einzige Raum, wo es sicher ist. Ja, da sperre ich mich einfach mal zu den, zu den, genau, zu den wirklich Kriminellen. Vor allem, wenn man selber als Wissenschaftlerin schon weiß, wie sich dieser Virus überträgt, würde ich mich auch in einen Raum mit nur einer Tür, die abgeschlossen ist, einsperren. Du hast recht, es ist herbe dumm. Es ist richtig dumm. Es ist wirklich, es ist das Gegenteil von clever. Ja, wirklich das absolute Gegenteil. Also es gibt noch nicht mal, es ist das extrem dumm. Ach, ja, genau. Ja, sie will am Anfang auch keine Auskunft darüber geben, warum sie sich da einsperrt. Ja, auch nochmal doppelt dumm. Warum gibt sie keine Auskunft? Also das ist das, ergibt einfach keinen Sinn. Nee. Jedenfalls, die erste Entdeckung mit einer dieser Personen ist mit dem Typen, der in dem, was ist das, in dem Transporter, in dem Moon Buggy halt sitzt und kurz vor der Verwandlung ist und denen halt durch die Scheibe versucht, etwas mitzuteilen. Was er sagen will, ist eigentlich, geht weg. Ja. Verstehen die Leute aber nicht. Nee. Und genau, und Pam Greer, glaube ich, sie ist, genau, sie ist die erste Person. Commander Braddock. Commander Braddock. ist die erste Person, die einen von diesen Personen sieht und verfolgt die auch. So. Das ist es nämlich so. Was auch nicht so clever ist. Alleine vor allem. Richtig dumm. Und, aber es wird ja noch dümmer. Das war ja doch nicht alles. Na genau, weil Jericho verfolgt dann Pam Greer alleine. Helena Braddock. Ja, Helena Braddock. Man muss übrigens sagen, Jericho ist eine Person, ist dir mal aufgefallen, dass der jede Tür öffnen muss? Ja, weil das, so wird doch sein Charakter etabliert. Er ist der Tür-Spezialist. Er ist doch der Mann, der alles öffnen kann. Okay, wow. Was für ein. Das ist, das ist ein schöner Titel für eine Visitenkarte. Der Mann, der alles öffnen kann. Ja, so verhält er sich. Auch gegenüber Melanie. Wir brauchen doch dieses Soundboard, bitte. Warte, ich habe hier einmal. Achtung. So. Ja, ist doch wahr. Großartig. Ja, was man wirklich sagen muss, Jericho Butler ist halt so ein, es ist wahrscheinlich, ich stelle mir es jetzt so vor. Aber wir haben ja gerade eben gesagt, ist Matriarchat und Männer, habe ich das Gefühl, sind so Personen zweiter Klasse oder die werden, oder wie er sich selber nennt, als Brüter angesehen, ne? Genau, das ist auch so, weil tatsächlich irgendwie die meisten Männer sterilisiert sind. Das ist ja schon, das ist mal smart in der Zukunft, ja. Ja, was ja auch der Grund dafür ist, dass die Frauen die Herrschaft übernehmen. Also ist ja auch klar, weil ein sterilisierter Mann ist ja kein Mann mehr. und dann ist die Frau natürlich direkt viel krasser und kann den Mann unterdrücken. Ja, stimmt. Ja. Es ist einfach, es ist ohne Scheiß, jetzt wo du es so mal darlegst, es ist eigentlich richtig klar und logisch, aber warum wurden die sterilisiert? Das wird nicht erklärt. Ah, okay. Denke ich. Oder es ist mir entgangen. Oh Gott, ey. Wenn mir irgendwelche Schwurbler würden jetzt sagen, um sie gefügig zu machen, damit diese Woke-Drecks, diese Woken-Menschen halt die Macht übernehmen können. Das würden jetzt irgendwelche Trotteln sagen. Ja, jetzt ohne Witz, ich habe tatsächlich Kommentare im Internet gefunden, die den Film bewertet haben, in denen genau so was drin stand. Nein. Doch. Nein, echt jetzt? Ja. Aber es waren Gott sei Dank nicht so viele. Ich war es nicht übrigens. Oh mein Gott. Okay. Okay, ich denke einfach nur, ja, was ist der Gedanke? Ich denke einfach, John Carpenter hatte einfach Bock auf Hauptcharakterinnen. Bestimmt. Ende der Geschichte. Das war, glaube ich, alles. Und wollte das irgendwie durch eine Story so ein bisschen untermauern und hat das deswegen so genannt. Deswegen auf jeden Fall Jason Statham alias Sergeant Jericho Butler, ich habe mich selber korrigiert, ist dementsprechend spitz wie Nachbars Lumpi. Kann man das so sagen? Das hast du sehr schön ausgedrückt. Ja, ist auch wirklich widerlich der Typ, oder? Ja, der hat auf jeden Fall schon lange keinen mehr weggesteckt und ist ein bisschen unausgelastet. Möchte ganz gerne Melanie beglücken. Beglücken. Richtig. Er läuft quasi sabbernd um sie herum. Ja. Und jeder Spruch, der von ihm kommt, ist tatsächlich auch zweideutig und ja, und sie geht aber nicht drauf ein. Genau. Das ist ja mal ganz kurz zur Charakterisierung von Jericho Butler. Neben der Tatsache, dass er alles öffnen kann, ist er auch noch spitz wie Nachbars Lumpi. Ende. Und dumm. Und in der total dumme Art zu gehen, finde ich. Ja, das ist mir auch aufgefallen. Was war da los? Ich muss aber auch sagen, Jason Statham finde ich auch wirklich scheiße. Ach doch, klar. Das liegt an den dicken Eiern. Ja, stimmt. Deswegen läuft er so. Ja, ist ja völlig logisch. Er ist wahrscheinlich noch im Guy Ritchie-Modus. Ich muss echt sagen, ich finde Statham eh scheiße. Sorry. Ich habe zudem gar keine Meinung irgendwie. Ja, der ist so wannabe. Das ist so, das ist so diese Darstellerriege, die eigentlich als Ersatz, als großer Ersatz für Bruce Willis, Arnold Schwarzenegger und Stallone kommen sollte. Also er, dann haben wir noch, wen haben wir noch? The Rock. Und das ist alles. Der ist aber cool. Ja, gut. Aber im Gegensatz zu den drei anderen sind das so Lulus, ey. Ja, aber ich mag The Rock. Ja, natürlich. Der ist doch sympathisch. Ich mag The Rock auch, aber er ist doch kein Arnold. Nee, aber kannst du auch nicht vergleichen. Also da kannst du auch einen Pfirsich mit einem Stuhl vergleichen. Ja, aber ich erinnere mich noch auf viele auch in meinem Bekanntenkreis. Jason Statham, ich sag's dir, das ist der neue Bruce Willis. Ey, nee. Nee. Not gonna happen. Nein. Aber das liegt auch einfach daran, dass es keinen neuen Bruce Willis geben wird. Nein, eben. Aber Statham ist halt so, der ist so schlecht cool. Der war wirklich nur in den Guy Ritchie-Filmen gut. In Snatch und in Bube Damme König Gras. Ich glaub, ich muss mir das noch mal ... Genau, guck dir mal alle Transporter-Filme an. Oh Gott. Wenn ich mal so wirklich, so wirklich so richtig Langeweile hab, dann werd ich das mal tun. Ja, vorher guckst du auch noch ein paar Horrorfilme. Ein paar gute Horrorfilme. Damit wir uns verstanden haben. Nein, also zurück zur Story. Genau. Jericho verfolgt halt Helena und wird Zeuge einer bizarren Szene. Und zwar sieht der einen der eigentlichen Einwohner, der eben von Virusinfizierten, der einen Kopf aufspießt. Und das ist natürlich der Kopf von Helena. Was macht aber Jericho? Er geht nicht zurück und macht Meldung, sondern nein, er geht noch näher ran. Natürlich, weil das ist ja auch klug. Genau. Er ist sehr klug und er stellt fest ... Er ist sehr klug. Er stellt fest, es sind sehr, sehr viele. Es sind 200 an der Zahl. Wobei ich das hinterfragen will, weil wenn das 200 sind, also im Laufe des Films habe ich das Gefühl, das sind zwei Millionen. Das sind auf jeden Fall schon viel mehr. Ja, genau. Von diesen Black Metal Bastards, angeführt von dem großen Addis Cooper Wannabe-Velek Theatergruppentypen, der auch rumbrüllt. Von dem wir glauben, dass es Big Daddy Mars ist, wir uns aber nicht sicher sind. Genau, eventuell ist es Big Daddy Mars. Wie gesagt, er charakterisiert sich dadurch, dass er freigelegte Brüste hat. Bleich ist und so ein bisschen, ja, weiß ich nicht. Ich kann den nicht charakterisieren. Fällt mir schwer, weil er ist auch langweilig. Wie sieht der aus, Jesse? Hilf mir mal. Ich lasse das noch mal kurz auf mich. Wirken der so ein bisschen, ich finde, der sieht ein bisschen aus wie der Techno-Viking vom Mars. Okay, akzeptiert. Kennst du noch den Techno-Viking? Ja. Jeder kennt ihn, ne? Ja, Bester. Ja. Ja, plus er hat gefeilte Zähne. Mhm. Und man muss sich das so vorstellen, alle anderen sehen halt ähnlich aus. Die haben nur so andere coole Features wie große Nadeln, die sie sich durch die Haut gesteckt haben oder aufgekratzte Gesichter oder ein Kreuz mit, also eine Kreuznarbe im Gesicht. Also so ein bisschen Sadomaso. Aber manche sind auch einfach nur angemalt. Das stimmt. Jetzt habe ich es. Er sieht ein bisschen aus wie eine Mischung aus Techno-Viking und The Crow. Stimmt. Ja, das kommt hin, oder? Ohne je, ohne von beiden überhaupt nur die Klasse zu erreichen. Mhm. Ganz kurz noch mal. Vor allem nicht vom Techno-Viking. Nee, da sowieso nicht. Nochmal ganz kurz zurück, ne? Da ist jetzt auch dieses Thema. Wenn ich das richtig weiss, Mars ist ja eine Atmosphäre, die jetzt für uns nicht so geil ist, ne? Nee. Die haben am Anfang, erzählen die die ganze Zeit, dass sie Atemgeräte brauchen, haben. Whatever, ich habe das nicht mehr ganz im Kopf. Wo sind die? Ja, nur in Teilen vom Mars, glaube ich. Also die Atmosphäre ist der Erde angepasst, aber nur zu 82 Prozent oder so. Ah, okay, guck mal, da habe ich nicht aufgepasst. Das hätte mich nämlich sonst gewundert, wie nämlich die ganzen Typen da außerhalb überleben könnten. Hast du wieder gepennt, ne? Ja, habe ich wirklich gepennt. Oh mein Gott, wie geht es weiter? Jericho verlässt den Ort des Geschehens, da auch irgendwie eine Patrouille von diesen merkwürdigen, ich nenne sie jetzt einfach mal Kannibalen, okay? Von diesen Kannibalen halt rumläuft und versteckt sich, supergeil, versteckt sich in einem Gebäude, wo er auf drei weitere Personen trifft. Die drei, glaube ich, mit Abstand dümmsten Menschen der Welt. Oder? Du meinst Uno, Dos und Tres? Ja, richtig dumm. Uno, Dos und Tres sind richtig. Die sind schon wirklich, die sind schon sehr speziell. Oder? Also, ja, die, naja, Jericho ist es natürlich, denkt sich natürlich, hey, pass mal auf, Leute. Wir haben hier, wir sind uns, da hinten sind ein paar Polizisten, kommt doch mit, da seid ihr sicher. Ja, was aber sich später herausstellt, und da sind wir wieder bei Scooby-Doo-Logik, was als ein ausgebuffter Plan von Desolation Williams war. Ja, weil das ist ungefähr der Anführer der Doolies. Genau. Nicht nur ungefähr, er ist der Anführer der Doolies. Ja, deswegen heißt er auch nicht Uno, Dos, Tres, Quattro oder so, sondern er heißt James Desolation Williams. Heißt er wirklich James? Ja, er heißt James Desolation Williams. Ha. Ja. Ja. Genau, es war von ihm ein Plan, um befreit zu werden. Da frage ich mich, woher wusste er denn, dass genau das alles passiert, um so befreit zu werden? Das ergibt doch gar keinen Sinn, oder? Ach nee, stimmt. Uno, Dos, Tres sollten sich eigentlich unter die Arbeiter mischen. Mhm, genau. Ursprünglich. Sie sollten sich unter die Arbeiter mischen und dann im Geheimen halt ihn befreien. Jetzt mussten sie natürlich ein bisschen umplanen, weil jetzt diese Katastrophe passiert ist. Auf einmal eskaliert es ein bisschen. Auf einmal eskaliert es ein bisschen. Mitmex-mäßig. Genau, es haben sich was anderes überlegt. Ja, und da dachten sie sich, komm, so und so weiter. Ja, aber gut, improvisieren sie die jetzt nicht. Nein, ist nur, wie gesagt, sehr dumm. Wer ist der Bruder von Desolation? Uno, Dos oder Tres? Oder ist es egal? Ist egal. Ich glaube, es war Uno. Genau, stellt sich heraus, die Szene fand ich aber ganz geil, wo sie halt ihn aus der Zelle befreien wollen und dann alle in die Zelle reingehen und dann Natascha Henstrich einfach super cool, einfach die Zellentür zu, hat Ende. Das fand ich schon ziemlich witzig. Das war wirklich gut. Das war schon echt, ja, das war stark. Man muss sich das so vorstellen, die erzählen da ihren Scooby-Doo-Plan. Also die erklären ja erstmal, wie der Plan überhaupt war. Und also die stehen alle drei Gangster, stehen mit Desolation Williams in der Zelle und die Polizisten stehen außerhalb. Und Melanie denkt sich so, ja geil, macht einfach die Zellentür zu, Thema erledigt. Vor allem, wie sie sich dann bedrohen wollen, dass sie sich freilassen sollen. Sie sich so denken, ja warum denn? Warum soll ich euch denn jetzt freilassen? Was passiert denn? Wenn ihr mich erschießt, dann geht die Tür gar nicht auf. Super geil. Das war so ein kurzer Moment, wo ich mir dachte, okay, jetzt macht das mit dem Matriarchat wieder Sinn. Ja, deswegen ist es matriarchat, weil die alle so dumm sind. Ganz einfach. Das war wirklich geil. Da musste ich schon ein bisschen lachen. Das war eine coole Szene. Ja, mein Gott. Was passiert als nächstes? Jetzt stehe ich ein bisschen auf dem Schlauch. Ich weiß es auch nicht mehr so ganz genau. Ich habe es nicht mehr so genau parat, weil es jetzt ein paar Tage her ist, dass ich den Film gesehen habe. Ich glaube, es ist aber auch gar nicht so wichtig. Nein, es eskaliert einfach. Es eskaliert einfach. Also die Whitlock, die Wissenschaftlerin, erklärt dann, glaube ich, doch, was passiert ist, warum sie geflüchtet ist. Nämlich sie ist schuld an dem Ausbruch. Ja, genau. Weil die haben tatsächlich in einer Mine wohl so einen Tunnel freigelegt. Und ja, sie mit ihrem jugendlichen Leichtsinn. Mit 60 Jahren. Hat dann quasi die Büchse der Pandora geöffnet. Mhm. Und ja, dann kam der Nebel des Grauens in Mars-Version über den Mars quasi. Es ist tatsächlich so eine lustige Wolke aus rotem Staub. Diesmal flüstert sie, glaube ich, nicht. Es ist keine schnippische Wolke wie bei Dr. Verdammten. Nein, es ist einfach nur eine rote Wolke, die dich zu einem Masochisten macht. Genau, weil die ist ja, wie gesagt, eine Art Virus. Und wenn dein Körper von diesem Virus befallen wird, hast du auf einmal irgendwie das Bedürfnis, Black Metal zu hören und dich selbst zu verletzen. Genau. Eigentlich ist es, wenn man das jetzt mal so ein bisschen aus einer anderen Flughöhe betrachtet, ist das ein Sicherheitsmechanismus der Zivilisation auf dem Mars, wenn fremde Menschen, fremde Personen, fremde Rassen, Rassen finde ich so ein Scheißwort. Ich weiß jetzt keine Spezies. Auf dem Planeten den Versuchenden übernehmen wollen, ist das dieser Sicherheitsmechanismus, der dann dafür sorgt, dass das halt mal eben kurz gestoppt wird, indem die sich dann halt selber umbringen. Genau, man weiß ja gar nicht, ob das so eine Art Sicherheitsmechanismus ist. Es ist auf jeden Fall was, was schon ewig auf dem Mars existiert wohl, aber einfach irgendwie gepennt hat. Da kommen wir so ein bisschen in die Richtung kosmischer Horror. So hier Lovecraft, also auch wie die Leute dann langsam verrückt werden. Das Problem an der ganzen Geschichte ist, wenn du jemanden von diesen Vögeln halt erschießt, ist dieser Virus verbreitet sich dann weiter, so zieht sich den Nächsten wird. Genau. Bisschen wahllos auch irgendwie, ne? Also da gibt es jetzt keinen ... Ja, es ist nicht so, dass es direkt auf den Nächsten überspringt, der irgendwie direkt am Nächsten steht, sondern es passiert auch gar nicht immer. Also die bringen ja hinterher so krass viele Leute auf einmal um. Und trotzdem gibt es einige Leute, die gar nicht befallen werden. Man muss dazu noch erwähnen, dass die Einheit per Zug zu dieser Kolonie gebracht wurde. Und der Zug holt sie, hat gesagt, er holt sie in ... Oder der ist in vier Stunden wieder zurück, meine ich. Und die kommen auch nur mit dem Zug wieder zurück. Das heißt, die sind jetzt erst mal da ein bisschen gefangen. Und müssen warten, bis der Zug wiederkommt. Zumal auch der Funk, glaube ich, nicht funktioniert. Habe ich noch im Kopf. Ist ein bisschen wie bei der Deutschen Bahn, ne? Wie bei der Deutschen Bahn. Die Deutsche Bahn funktioniert auf dem Mars jetzt auch nicht besser als in Deutschland. Stimmt. Und das ist jetzt so die klassische John Carpenter-Variante. Also Leute sind gefangen in einem ... Verschiedene Personen sind gefangen an einem Ort und müssen sich gegen eine Bedrohung von Außen halt erwehren. Das hatten wir bei Fürsten der Dunkelheit. Das hatten wir bei Anschlag bei Nacht. The Thing. The Thing, genau. Und also das ist so diese klassische Carpenter-Form. Das ist irgendwie so wie so ein Best of Carpenter, ohne jemals best zu sein. Und genau, so geht es dann halt weiter. Sie munitionieren sich auf und versuchen halt im Prinzip die Zeit zu überleben. Genau, da werden dann auch tatsächlich Desolation, Uno, Dos und Dres wieder aus der Zelle entlassen. Genau, und Dres zeigt direkt, warum er der dümmste von allen ist. Folgender Hintergrund, die finden Zünder, einen Koffer voll Zünder. Es fehlt aber natürlich der Sprengstoff dazu. Und dann ist die Idee, wir packen einen Zünder, der macht ordentlich Wumms. Packen wir in so Dosen, in Lebensmitteldosen rein, weil dann ist die Explosionswirkung ja größer, wegen Ausdehnung. Und da ist es ja so, dass die Dosen erstmal der Deckel abgemacht werden muss. Und Dres möchte dann hier den Makar machen. Und es sind noch weitere Zivilisten in dem Gefängnis. Also so drei, vier weitere haben wir. Und möchte dann der einen Dame halt zeigen, wie man das als richtiger Mann macht und hackt sich dabei mit der Machete den Daumen ab. Genau, er nimmt ja auch vorher einen Zug von ... Genau. Was ist das eigentlich? Irgendeine Droge. Es ist irgendeine Droge. Ach hier, Kohlenmonoxid ist das. Ah. Hat er doch erzählt. 60 Prozent Kohlenmonoxid oder so. Das erzählt auch Jericho. Also der sagt so, das frittiert so dein Gehirn ein. Oder macht dein Gehirn zum Schweizer Käse. Also der zieht sich die ganze Zeit Gift rein. Also wirklich Gift, Kohlenmonoxid, Gift. Ist das nicht total dumm? Erstickt man dich eigentlich von Kohlenmonoxid? Ja, aber vielleicht, wenn es so niedrig dosiert ist, dass du dich nur leicht vergiftest. Grundsätzlich, das können wir jetzt nicht schön, das ist einfach dumm. Also Kohlenmonoxid ist halt das, was du einatmest bei einem Brand. Genau. Und Melanie ist dagegen ja noch smart. Die haut sich ja nur Trips rein. Genau, ja. Was wir vergessen haben zu sagen, obwohl das ist nur an einer Stelle wichtig, dass sie halt drogenabhängig ist. Aber es wird immer mal wieder gezeigt und erwähnt. Genau, dass sie halt high ist. Boah, okay. Natriumchlorid ist es, glaube ich, sagen die an einer Stelle. Das macht irgendwie auch keinen Sinn. Naja, nicht wirklich. Vielleicht ist es ja aber auch so, dass die auf dem Mars sich so sehr angepasst haben, dass vielleicht andere Dinge für sie halt, dass sie eine lebensfeindliche Umgebung ist, dass solche Dinge sie halt eher high machen als tot. Kann ja sein. Hm. Wir wissen es nicht. Wir wissen es nicht. Möglich, möglich. Das wäre wahrscheinlich in einem möglichen Zweiteil aufgelöst worden. Aber das ist leider nie passiert. Man weiß ja auch nicht, was im Jahr 2176 alles möglich ist. Ja, eben. Also wir wollen intelligenzmäßig nicht viel. Was es dann für tolle Drogen gibt. Ja, was ist dann? Hm. Hm, lecker Drogen. Genau. Also warum es wichtig ist, ist, dass Melanie Drogen absüchtig abhängig ist, warum es wichtig ist vor allem, ist an einer Stelle nur entscheidend, da sie von dem Virus befallen wird, weil sie jemanden erschießen. Mhm. Einem jemanden befallen ist, der in dem Gebäude noch rumgelungert hat sozusagen. Und, ähm, die Leute sie dann halt, da sie keine Chance für sie sehen, halt draußen hinlegen. Auch nett. Und Jericho ihr aber trotzdem den Trip eben gibt. Also die hat so ein kleines Medaillon, wo die ganzen Tabletten drin sind. Und er gibt ihr dann eine Tablette. Wahrscheinlich, damit er ihr das erleichtern kann. Die hätten ihr auch einfach in den Kopf schießen können. Ähm, ja. Ja, und der Virus kann so keinen Besitz von Melanie ergreifen. Mhm. Weil sie ja drogensüchtig ist. Also, mega gut Drogen, ne? Top. Ja. Also, witzigerweise habe ich da übrigens, ich musste so an Parabeln denken. Mhm. Ich habe eine lustige Parabel-Theorie dazu gefunden. Und zwar, ähm, die Parabel, dass leichte Drogen okay sind, aber schwere Drogen nicht. Was totaler Quatsch ist, weil das, was sich der, ähm, der, äh, Dress reinzieht, also, wenn man das jetzt mal irgendwie vergleicht mit Trippschweißen und, und Grasrauchen. Mhm. So, ne? Dann ist Grasrauchen ja eigentlich eher die leichte Droge. Mhm. Also, in dem Film ist es irgendwie umgekehrt. Und, ähm, es heißt ja so, er konsumiert halt die stärkere Droge. Dementsprechend, äh, hackt er sich mit der Machete den Daumen ab. Also, schlecht. Und, ähm, Melanie wirft halt Trips, nimmt die leichteren Drogen. Und, äh, dann ist alles gut. Stimmt. Ja. Können wir ihn jetzt canceln, den John Kampter? Nein, weil das ist halt eine dumme Theorie. Ja, okay, stimmt. Also, ich, 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 ich kann mir nicht vorstellen, dass es John Kampter irgendwie, äh, weiß ich nicht, dass er sich irgendwas, äh, dabei gedacht hat. Ja, aber er hat sich mit dem Film ja dem Woken Mob unterworfen. Ach so, das, äh, dem Matriarchat. Dem Matriarchat. Boah. Schrecklich, schrecklich. Oh mein Gott, okay. Man merkt, es fällt uns unfassbar schwer, den Film zu erklären, ohne eine Zusammenfassung zu liefern, weil die Zusammenfassung ist halt nichts Besonderes. Also, es ist, der Film ist halt so hanebüchen, dass es mir schwer gefallen ist, jetzt halt jetzt großartig noch auf einzelne Szenen anzugehen. Was mir noch auf jeden Fall in den Sinn kommt, also wie gesagt, Melanie ist wieder ganz bei sich, kommt wieder auf die Leute zurück. Wir stellen fest, dass der Zug schon eingefahren ist. Allerdings ist die Kommunikation noch nicht möglich. Aber das ist auch geil, wo die, ähm, Baschera halt auf diese Antenne klettert, um zu schauen, wo der Zug ist. Gefühlt sind das 50 Meter, ne? Mhm. Ja. Ich denke mir so, okay, wo ist das Problem? Dann sag doch einfach, geht doch einfach rüber zu dem Zug. Warum müssen die jetzt unbedingt die ganzen Kannibalen aufhalten? Ja, vorher passiert das ja auch eigentlich, dass die drüber wollen, und dann macht Desolation ja irgendwie so eine, so eine bescheuerte, der hat doch seine bescheuerte Szene mit den zwei Maschinengewehren, die er einfach rechts und links ausstreckt. Und dann rennt er einfach los. Ach, du meinst sein Plan B, ne? Ja, genau. Guckt immer nur so kurz links, rechts, schießt wahrscheinlich ins Nirgendwo. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass er so irgendwas trifft, aber es sieht ja cool aus. Ja, aber das sieht ja auch nicht cool aus. Nein. Weil wir müssen sagen, James Desolation Williams hat ein richtig beschissenes Outfit. mit seiner roten Flecktarnhose. Rot. Das ist das Schlimme. Knallrot. Ich frage mich die ganze Zeit, wer hat den denn angezogen? Ja. Hat er sich selbst so angezogen? Fand er das hübsch? Ja, klar, ja. Jetzt mal ohne Witz, ne? Also allein schon die Hose. Fand er das hübsch? Kann ja sein. Ja, kann echt sein. Also allein schon die Hose, ja. Tarnhose, aber in Rot. Mhm. Was natürlich, ach, das macht natürlich perfekt Sense, weil auf dem Mars ist ja alles rot und dann müssen Tarnfarben natürlich rot sein. Ja, aber der, wir wissen ja, seit Pathfinder wissen wir ja, dass der Mars überhaupt nicht rot ist. So. Der Mars hier ist aber sehr rot. Ja, okay. Okay. Kurze Trivia, das ist ja auch ganz lustig. Es ist wieder in New Mexico gedreht worden. Ja, richtig. Und sie haben die Wüste quasi jeden Tag dann mit Lebensmittelfarbe eingesprüht, mit roter. Damit es überhaupt rot wird. Wenn er jetzt einfach sagt, guck mal, er hätte ein bisschen gewartet, hätte er auf die Pathfinder-Bilder gewartet, hätte er gar nicht sich die Mühe machen müssen. Stimmt. Er hätte nicht gewusst, dass der Mars einfach braun ist. Wie viel Lebensmittelfarbe hätte man da sparen können? Ja. Carpenter ist schuld am, nee, komm. Zurück zu Desolations Outfit, weil noch schlimmer wird's, wenn man nach oben guckt. Und zwar hat er einfach so eine Art Rollkragenpulli an, aber mit abgeschnittenen Ärmeln. Also quasi die Mischung aus Rollkragenpulli und Tanktop. Mhm. In Kombination mit der Hose. Hat er nicht noch so einen beschissenen Mantel dann? Hat er, glaube ich, streckenweise auch, ja. Oder hatte Helena den Gestapo-Mantel? Nee, Helena hatte den auch, ne? Meine ich. Egal. Stimmt, die hatte den, ja. Ja, grundsätzlich, ich fand das auch so witzig, als am Anfang wird ja erwähnt, dass die Polizeieinheit super top ausgerüstet ist. Und was haben sie? Schlecht funktionierende Funkgeräte, altertümliche Gewehre und keine einzige Rüstung, sondern nur eine Lederjacke. Ja, und schlecht ausgebildete Personen. Ja, genau. Weil abgesehen von Helena und Melanie sind die ja alle total kacke. Ja, wieso? Jericho kann alles öffnen. Ja, aber das ist auch das Einzige, was er kann. Und Räume beschreiben kann er. Er ist scheiß mit ihm Räume beschreiben. Das ist auf jeden Fall ein Skill, der wichtig ist. Es ist in sehr vielen Szenen, wo er bei Funk halt der Melanie oder irgendeiner anderen Person halt erklärt, was in dem Raum zu sehen ist. Ja. Er ist quasi der Expedition Dump. Das ist so geil. Exposition Dump. Entschuldige. Das ist so unfassbar geil. Das sind seine beiden Rollen. Und halt irgendwie dumm reden. Und eklig sein. Ja, wobei das Ekligsein ja irgendwann sogar funktioniert. Das fand ich ja schlimm. Ja, aber meinst du, das hatte Melanie so gedacht? Meinst du, die wollte den nicht irgendwie überwältigen oder so? Ich kann mir nicht vorstellen. Ich möchte jetzt ein bisschen Partei ergreifen für Melanie. Weil die hat sich ja den ganzen Film über klug verhalten. Ja, aber vielleicht hat sie sich da gedacht, ach, scheiß drauf. Ah, okay. Aber sie sagt doch an einer Stelle auch, ich würde mit dir vögeln, wenn du der letzte Mensch auf der Erde wärst. Aber wir sind nicht auf der Erde. Ja, ja. Am Anfang ist sie ja voll abweisend. Aber dann irgendwann sagt er ja noch zu ihr, so, jetzt geht die Welt runter. Da lockt er sie doch in so einen Raum rein. Ja, stimmt. Wie unangenehm ist das denn? Ey, vor allem, was ist das bitte für eine Disziplin und Moral in der Einheit? Wenn du die ganze Zeit versuchst, mit deinem Lieutenant zu vögeln, ja. Ja, ja. Und das Schlimme ist, es wird ja angedeutet, dass Helena auch schon mit Melanie gefögelt hat. Ja, stimmt. Was ist das für eine Einheit? Was ist das für eine Moral? Die können auch gar nichts, die können keinen einzigen Einsatz erfolgreich abschließen, weil die alle damit beschäftigt sind, hier so ein bisschen eine Telenovela zu sein. Das ist ja voll die Trottel. Wirklich. Was für eine Idioteneinheit. Vielleicht haben sie die auch deswegen absichtlich dahin geschickt, weil die schon wussten, dass da die Luzi abgeht. Genau. Um die loszuwerden. Wir haben halt ein Problem. Schicken wir die Bumsabteilung. Die wollen wir eh loswerden. Ja. Die machen nur Stress. Die Bumstruppe, die sind eigentlich eher damit beschäftigt, sich gegenseitig wegzubummsen. Wir müssen ständig Formulare ausfüllen. Wegen sexueller Übergriffe. Lass uns die einfach dahin schicken. Wirklich. Was für eine Trotteltruppe, die da zusammengestellt haben. Und vor allem, dass es diese Trotteltruppe gibt. Vier Polizisten werden dafür eingesetzt, in einer Kolonie, hunderte Kilometer entfernt, den angeblich schlimmsten Verbrecher des Planeten einzusammeln. Mhm. Das ist immer so geil. Und das sind keine Spezialisten, das sind vier Dullis. Obwohl, die einzig kompetente Person ist Melanie. Ja. Also ich würde sagen, sie ist im gesamten Film recht kompetent. Oder hat sie irgendwie auch eine dumme Szene? Nee, sie ist eigentlich recht kompetent. Ja, aber das Schlimmste ist, dass Desolation halt der zweitkompetenteste Typ ist dann. Das macht es schlimmer, ne? Ja, das macht es wirklich schlimmer. Ja, weil Desolation, wir erinnern uns, ne, mit seinem geilen Scooby-Doo-Plan. Ja, es wird halt eh um ihn auch so ein Leumund aufgebaut, dass er halt der schlimmste Verbrecher ist. Und es wird auch so zwischen den Zeilen gesagt, dass das gar nicht wahr ist, ne? genau. Aber das ist egal. Dass er irgendwie reingeritten wurde oder so. er ist halt der Schwerverbrecher mit einem Herz aus Gold. Ach. Der Massenmörder mit einem Herz aus Gold. Der Massenmörder der Herzen. Ja, genau. Trifft auf die Bumstruppe, ey. Du hast recht, da haben die Präsidentin, oder wer das am Anfang ist, die hat sich so gedacht, komm, wir schicken die Bumstruppe, ey. Deswegen ist sie auch so genervt, als Melanie wiederkommt. Scheiße, wir sind hier nicht losgefroren. Verpickt noch eins, wir wollen hier loswerden, Mann. Ach Gott, wir haben nur noch einen Brüter übrig und jetzt müssen wir Melanie dafür abgeben. So, oh mein Gott, ey. Naja, jedenfalls die Bumstruppe versucht halt zum Zug zu kommen. Das klingt irgendwie komisch, ne? Wenigstens hast du das jetzt gesagt. Ja. So, und ich, ich, ja. Die Bumstruppe versucht, den Zug zu erreichen. Was ist da losgehasst? Hast du getrunken? Ja, ich hab bestimmt getrunken morgens um, morgens um 13 Uhr. Okay, die Bumstruppe versucht, den Zug zu erreichen. Das ist das oberste Ziel, jetzt den Zug zu erreichen. Dabei gehen einige Leute flöten, wie zum Beispiel, ähm, der Typ, dessen Namen wir vergessen haben, der ja, Discancer heißt. Discancer, der wird grausam ermordet, durch fliegende Sägeblätter, die die Kannibalen halt als Waffen benutzen. Aber die Kannibalen sind halt sehr analog unterwegs, die kämpfen mit Keulen, mit Speeren und mit, ähm, Dingsi, Sägeblättern, die sie werfen. Ja, wo haben sie die eigentlich? Übrigens sehr gut werfen, meisterlich werfen, dass sie da mit Gliedmaßen abtrennen können. Ja, Besheera wird doch auch erwischt. Stimmt, oh ja, der wird die Rübe abgeballert, ne? Oh ja. Das übrigens auch gar nicht mal so gut aussieht. Nee, sieht scheiße aus, stimmt. Ganz schlecht. Ach ja, gut, jetzt haben wir das Thema. Insofern schaffen sie es zum Zug, Genau, sie schaffen es zum Zug, fahren los und dann kommt der große Gedanke so, ja, was machen wir denn jetzt? Dann fällt denen erst ein so, ja, scheiße. Wenn die jetzt das eingenommen haben, werden die da wahrscheinlich nicht lange brauchen, um die Stadt einzunehmen. Ne? Wo jetzt denen, die Wissenschaftlerin, die übrigens auch schon tot ist, Nee, die wurde von, das wird gar nicht aufgelöst, die wird ja von diesem Virus befallen und das war's. Ja, keine Ahnung, JWD. Die war eh egal, die war dumm. Die hat ihnen ja eröffnet, dass die Theorie halt ist, dass, ja genau, alle Menschheit, alle Marsianer ausgelöscht werden und da kommt dann halt die Idee so, hm, vielleicht sollten wir die dann vernichten, bevor sie die Stadt erreichen. Ja, und dann fahren sie wieder zurück. Fahren sie wieder zurück. Ist auch geil, um mehr zu entkommen und dann, ach nee, scheiße, wir müssen noch mal zurück. Wir haben noch was vergessen. Ja, wir haben Lumpi vergessen, so ein Hund, weißt du, wir haben Lumpi vergessen, scheiße, mal zurück. So wirklich, so ungefähr ist das, dann fahren sie zurück und dann, der Plan ist meisterlich. Also, die möchten ein Atomkraftwerk in die Luft jagen, aber die brauchen eine Ablenkung, deswegen fährt der Zug wieder in den Bahnhof ein. Ja. Als Ablenkung. Ja. Und hält die anderen Kannibalen auf. Und erst funktioniert es ja auch. Das ist trotzdem dumm, ne? Die machen die Tür auf und schießen auf die Kannibalen. Wie so dieser unbewegliche Zug, der kann sich nur auf Schienen vor und zurück bewegen. Warum? Egal. Aber doch viel lustiger finde ich, dass dann Mr. Big Daddy Mars, der irgendwie da rumsteht und erst mal gar nichts macht und dann guckt er so rüber zu Melanie und dann Melanie so, oh scheiße, wir wurden entdeckt. Ja, sie guckt doch noch mit dem Fernglas zu ihm, ne? Vor allem, die stehen offensichtlich bei dem Atomkraftwerk, so stehen sie so rum und er guckt sie hin. Das ist auch so eine awkward Szene, hä? Hä? Es sind so Fragezeichen über dem Kopf sein müssen, wie bei Metal Gear, so ring. Du ziehst ja auch nicht wirklich weit weg. Ich frage mich, warum sie mit dem Fernglas sich da anguckt. Das sind auch ungefähr 100 Meter oder so. Es ist alles, dafür, dass das der drittgrößte Planet im Sonnensystem ist, ist das alles sehr nah. Sehr nah, ne? Auf jeden Fall. Ich finde es wirklich. Und dann geht es dann wieder los, dann kommt er ja und dann laufen sie alle direkt ab. Das ist wirklich so schlecht. Ja, und dann müssen sie sich beeilen mit dem Kraftwerk. Ja, schaffen sie aber, ne? Schaffen sie, tatsächlich. Die schaffen das und die schaffen es in den Zug zu kommen mit einigen Verlusten, weil Jason Statham wird leider, äh, Entschuldigung, Jericho wird leider von den Kannibalen überwältigt und zerhackt. Ja, schade. Ja, das war wirklich so Achselzucken, na gut, weiter. Während Big Daddy weiter gemacht hat. Aber da, darf ich mal eben eine Lanze für Big Daddy brechen? Warum? Es gibt Gründe dafür, dass er so komische Geräusche macht. Wegen der Zähne? Ja, er musste eine Zahnprothese tragen. Und der hat immer den Mund offen, ne? Ja, und die Zahnprothese war zu groß für ihn, also für den Schauspieler. Echt? Ja, deswegen konnte der sich nicht mehr artikulieren. Ach, und deswegen macht der die ganze Zeit Robberabu? Das ist halt wirklich so, ja. Oh, jetzt fühle ich mich schlecht. Oder? Weil ich kann das so gut nachvollziehen, weil, ne, wenn ich halt als Hexe unterwegs bin für meine Band, dann muss ich ab und zu auch mal rote Kontaktlinsen tragen. und das Problem ist, die werden immer von unserem Bassisten bestellt und der bestellt die immer zwei Nummern zu groß. Und hast du schon mal eine Kontaktlinser eingesetzt, die dir zu groß ist? Nee. Das habe ich noch nicht gemacht. Das ist super unangenehm, weil du musst die Augen die ganze Zeit total aufreißen und die sitzen dann auch wie so ein Napf auf deinem Auge und du bekommst dann auch automatisch Stielaugen, weil die so ein bisschen vorstehen. Alles in allem von Nahen sieht das sehr weird aus. Ja? Und dementsprechend kann ich, also, ne, das sind ja nur die Augen. So, wie ist das, wenn du, wenn du die ganze Zeit was im Mund hast? Das ist bestimmt nicht angenehm. Nee, das stimmt. Also von daher, ich, ich kann den Mann verstehen. Ja. Das denkt sich auch die Bumstruppe. Ja. Und, ähm, schafft es wieder in den Zug? Wer schafft es überhaupt noch in den Zug? Eigentlich nur noch Desolation Williams und Melanie, ne? Alle anderen werden gekillt draußen. Ganz genau. Also auch die, der Zugführer und der Lakaie, der Kaffeekocher, Kaffeekocher und der Lakaie. Der Zugführer ist übrigens wieder Peter Jason. Nein. Ja, doch. Echt? Ist mir gar nicht aufgefallen. Der, 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 Typ. Ja, richtig. Ja, Geil. Die scheinen sich gut zu kennen, die beiden. Die können sich ab. Ja. Und, ja, sie schaffen es halt zu entkommen. Boah, so schnell haben wir noch nie eine Story zusammengefasst. Und, ja, und jetzt wird es tricky. Jetzt kommt wieder Desolation Williams Scooby-Doo-Taktik. Er möchte natürlich nicht in den Knast, obwohl Melanie beteuert, Alda, ich werde mich für dich einsetzen und werde dich reinwaschen. Und er so, nee. Ich werde dich reinwaschen, ist auch sehr schön. Ich werde dich rein lehwaschen. Also, in Analogie an Vampires wird sie ihn wahrscheinlich ausziehen und waschen und wieder anziehen. Ist das rassistisch gemeint? Okay, und, und dann, und dann. Aber es ist doch das Matriarchat. Das ist das Matriarchat. Ja, ich verwechsel das immer. Ich komme da auch nicht mehr, ich komme komplett durcheinander. Ich kann das alles nicht mehr. Und, wie war es nochmal? Achso, ja, und hier Scooby-Doo fesselt Melanie, da, Reminiscenz, fesselt sie, ohne sie auszuziehen und zu waschen an das Bett. Das war auch richtig dumm, ne? Das ist so eine dumme Szene. Ja, das ist auch normal. Er nimmt ihre Hand und er hält ihre Hand weiter und sowieso sie so, oh ja, er hält meine Hand, wie schön. Oh, er hält meine Hand hoch. Was macht er denn da? Gritsch. Oh, schade. Also, da ist sie zum ersten Mal nicht ganz so kompetent. Nee, da hat sie irgendwie nicht mehr aufgepasst. Vor allem, weil die beiden, ich meine, gut, die beiden hegen ja schon eine Sympathie zueinander. Und ja, Desolation entflieht und wir sind jetzt wieder in der Gegenwart nach der Anhörung, in dem halt Melanie in der Nacht aufwacht und feststellt, dass die Kannibalen Überraschung doch überlebt haben. Beziehungsweise die Kannibalen nicht, sondern der Virus hat überlebt. Komisch, oder? Dass man den einfach nicht mit Atomkraft in die Luft sprengen konnte. Aber geht doch alles mit Atomkraft. Ja. Anscheinend haben, da waren halt ein paar Leute smarter, ne? Es ist halt auch so dumm, ne? Wie dämlich ist das denn, wenn man doch weiß, dass wenn man einen Menschen, der von dem Virus befallen ist, erschießt, dass das Virus dann wieder rauskommt und einen anderen Menschen befällt. Wie dumm ist es denn dann, die Leute alle in die Luft sprengen zu wollen? Das stimmt. Und ich glaube, hat nicht die Präsidentin auch so ein bisschen dieses, so ein Humbug, ne? Die ist doch auch ein bisschen, die zeigt, ihre Inkompetenz zeigt sie auch nochmal. Ja, und genau, Melanie wacht auf und stellt fest, dass die Stadt dabei ist, überrannt zu werden, aber auftritt Desolation Williams, auftritt zwei silberne Uzzis, die auch richtig scheiße aussehen. Allerdings. Das sollte wohl cool sein, sieht einfach nur dumm aus. Es sieht auch ziemlich dumm aus, wie sie sich dann anzieht und immer wieder zur Tür guckt. Ja. Und man sich die ganze Zeit fragt, ja, wann kommt er denn? Wann kommt er denn endlich? Ja, wo ist er denn? Wo ist meine Hose? da, okay. Ja, 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 und es gibt dann halt ein Wiedersehen, er gibt dir die Knarre und die beiden gehen los und verteidigen die Freiheit. Mhm. Ende des Films. Ende des Films. Da dumm. Ja, Jessie, dann sag doch mal, wie fandst du den? Ich weiß, du fandst den gar nicht so schlecht, ne? Ja, ich glaube, es kommt darauf an, mit welchen Erwartungen man da reingeht. Es kommt darauf an, mit wem du dann nach einem Podcast aufnimmst, der das Madig redet. Also meine Erwartungen waren halt so low, also wie gesagt, 3,5, dass ich mir dann halt auch dachte, ja gut, wird halt nix. So. Und deswegen hab ich mich wahrscheinlich dann auf die Sachen konzentriert, die ich mochte. Und was ich halt mochte, war die Kulisse. Ich mochte die, die, die Metal-Jünger, weil das hat mich sehr an Mad Max erinnert. Mhm. Das fand ich ziemlich cool eigentlich, wie die aussahen. Mhm. Ähm. Und ich mochte die Musik. Ja, obwohl die ein bisschen over the top war, die Musik, die war so überlaut. Ja, aber das, das war cool irgendwie. Das war mal was anderes. Es war halt durchgehend Geballer. Mhm. Also wirklich, die ganze Film, Geballer. Wirklich, die ganze Zeit, ne? Genau. Das Gegenteil vom Vampire-Soundtrack, dass es super langweilig war, weil das halt die ganze Zeit, oh mein Gott, Alter, das ist ja wie ein Bombardement. Ja, so ein bisschen Industrial-Metal. Ja, auf jeden Fall. Naja, und das Ding ist halt einfach, das ist ja nicht, ich hab den Film auch gar nicht so sehr als Horrorfilm empfunden, sondern als stumpfen Action-Movie. Und lustigerweise hat Carpenter genau das 2011 dann wohl in einem Interview gesagt, dass er gar nicht vorhat, einen Horrorfilm zu machen. Sondern einen stumpfen Actionfilm. Mhm. Das heißt, wir sind jetzt im komplett falschen Podcast mit dem Thema. Eigentlich schon. Ja, das ist natürlich schnell heraufgefallen. Weil er hat sich so ein bisschen an Phantom-Kommando, also Commando orientiert. Mhm. Beziehungsweise Rambo oder Predator. Sowas wollte er machen. Und hat dann auch tatsächlich noch gesagt, Leute, der Film heißt Ghost of Mars, wie konntet ihr den ernst nehmen? Wie habt ihr eigentlich, sowas stimmt nicht mit euch. Mhm. Kann natürlich sein, dass das so nachträglich so ein bisschen Verteidigungsmodus war einfach. Weil der ist ja wirklich richtig gefloppt. Mhm. Aber hallo. Der ist ja komplett durchgefallen bei Kritikern wie bei Publikum. Aber ja, ich glaube, wenn man den Film als stumpfen Actionfilm sieht, dann nimmt man den nicht so schlimm wahr, dass man den mit 3,5 bewerten müsste. Von 10. Ja, man muss auch fairerweise sagen, dass irgendwie alle Marsfilme außer der Marsianer gefloppt sind. Mhm. Also es gab ja noch Red Planet mit Val Kilmer und Mission to Mars, die auch komplett durchgefallen sind. Aus der Zeit aber, ich meine, wie cool war Total Recall? Ja, das stimmt. Und wie cool war der Marsianer? Mhm. Also das war ein richtig cooler Film. Aber das war so ein bisschen, das war so ein bisschen wie die Zeit, als auch hier Armageddon und Deep Impact und so kamen. Die Zeit der Meteoriden-Einschläge, war dann halt dann so die Ära der Marsfilme eingeläutet, die aber leider komplett daneben ging. Also nichts geworden ist. Ja, aber weißt du, ich meine, das sind ja natürlich ganz schöne Erklärungen von John Carpenter, aber trotzdem ist der Film nicht gut. Nö. Also man vermisst jegliche Klasse, die er mal hatte. Ja. Und die er so viel besser schon in anderen Filmen gezeigt hat. Und ja, auch die Wahl wieder der SchauspielerInnen war jetzt auch nicht so ideal, fand ich. Mhm. Ich frage mich, ob Ice Cube wirklich die erste Wahl war. Weißt du da genaueres? Das weiß ich nicht tatsächlich. Ich hätte mir vorstellen können, dass zum Beispiel nicht Ice Cube Desolation spielen sollte, sondern, na wie hieß er, Jason Statham. Ach, das war auch so. Ja? Ja, tatsächlich. Doch, das habe ich nämlich gelesen. Okay. Dass der eigentlich ursprünglich tatsächlich Desolation spielen sollte. Aber dass man sich gedacht hat, weil Statham einfach noch nicht so berühmt war, nehmen wir halt Ice Cube. Aber der war ja Ice Cube, ich meine, Denkfehler. Ice Cube war ja nicht berühmt als Schauspieler. Der war berühmt als Musiker, als Rapper, ne? Okay. Ja, und da könnte man auch wieder sagen, Schuster bleibt bei deinen Leisten, ne? Ja, ist richtig. Er hat es leider nicht so geschafft. Ich meine, er hat teilweise noch ein paar ganz witzige Filme mitgemacht, ne? Friday. Aber ich finde, sein großer Gangster-Rap-Konkurrent aus der Zeit, Ice-T hat da schon etwas beeindruckende Karriere hingelegt. Also der ist ja mittlerweile auch ein Serien-Star, Law & Order. Und auch schauspielerisch ein bisschen besser. Ja, definitiv. Ja, ich kann auch keine wirkliche Lanze für den Film brechen, leider. Ja. Aber ich glaube halt einfach, dass, also der hat mich definitiv weniger enttäuscht als Vampires. Weil bei Vampires bin ich mit größeren Erwartungen drangegangen. Ja, okay. Dann, das kann ich nachvollziehen. Also auch da muss ich ja sagen, ich kenne ja beide. Und ich hatte sie noch so ganz düste Erinnerungen. Deswegen dachte ich mir, boah, das wird beides scheiße. Und das bin ich auch, glaube ich, mit dieser Stimmung reingegangen. Aber gleichzeitig habe ich auch Buddy, Buddy-Count, wollte ich sagen, Buddy-Bags, früher schon gesehen und fand den nicht so gut. Und bin mit der Erwartung reingegangen und wurde komplett positiv überrascht. Also das ist auch einerseits so ein bisschen, wie hat man die Filme damals wahrgenommen? Wie schaut man sie heute? Und ich finde, jetzt gerade bei Ghosts of Mars fällt es mir auf, wie unfassbar billig und langsam der Film wirkt. Und auch schlecht gedreht. Und ich muss auch wirklich sagen, sorry, 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 aber Action kann Carpenter nicht. Wobei, Flucht aus New York war schon cool. Also Escape from New York. Ja, aber war das ein Actionfilm oder war es eher ein Thriller? Ich finde, das war ein Actionfilm. Okay. Aber auch da wieder, ja, aber das ist halt so Action aus den 80ern, weißt du. Oder auch Anschlag bei Nacht ist ja eigentlich auch ein Actionfilm gewesen. Das war ja auch cool. Ja, aber irgendwie, dann hat er es vielleicht verlernt oder er ist einfach in der Zeit stehen geblieben. Ich glaube, er ist stehen geblieben. Auch das sieht man wieder leider an den Effekten. Ich meine, da muss man sich ja überlegen, das war ja schon Anfang der 2000er. Also da ging mehr. Definitiv. Und wie. Auch diese Ausstattung, das sah halt alles so scheiße aus. Wie gesagt, die Uniformen der PolizistInnen sahen halt Mist aus. Der Zug sah Mist aus. Der Zug war richtig Mist, ja. Der war mies, ne? Ja. Dann hier Desolation Williams sah scheiße aus. Der schlechtst angezogenste Schauspieler ever. Ja, und die Gebäude, das war alles so nach, hier Freizeitpark aus, Freizeitparkkulisse. Also es war irgendwie, ne, das war leider nix. Und das war dann auch wirklich so der letzte Sagnagel für die Karriere von John Kamter. Auch wenn er später noch ein Comeback versucht hat. Ich weiß, The Word, aber hört doch einfach die The Word-Folge. Ja. Dazu ist alles schon gesagt worden von uns. Ja, vor allem das ist die kürzeste Folge, die wir bisher aufgenommen haben. Das hat Gründe. Ja, das hat wirklich Gründe. Und hier, das ist, es ist einfach nichts. Und haben wir denn alles abgedeckt, was Ghosts of Mars betrifft? Oder hast du noch ein Trivia? Das einzige Trivia, das ich noch habe, ist vielleicht relativ interessant, weil wir hatten ja gerade auch kurz über Escape from New York geredet. Mhm. Und was halt so ein bisschen das Ende der Karriere von Carpenter eingeleitet hat, war ja Escape from L.A. Oh Gott, der war auch schrecklich. Der Nachfolger. Und da war Carpenter, glaube ich, sehr enttäuscht, dass der so gefloppt ist. Und danach hat er ja noch mal Vampires gemacht. Ja. Und Ghosts of Mars sollte tatsächlich wohl halt auch ein Plisskin-Film werden. Und er hat das dann, also Plisskin of Mars quasi. Escape from Mars dann quasi. Escape from Mars. Okay. Mit Kurt Russell? Ja, anders funktioniert es ja nicht, oder? Ja, stimmt. Ne? Aber das ist leider alles irgendwie schief gegangen und dann hat man doch irgendwie versucht, nochmal irgendwie so ein bisschen Horror-Elemente mit reinzubringen. Ja, ich glaube, das hat den Film dann auch einfach letzten Endes total kaputt gemacht. Ja, das denke ich auch. Das war, glaube ich, auch wirklich der große, unkluge Move. Mhm. Wenn man da so ein Escape from New York-mäßigen Film daraus gemacht hätte, hätte das vielleicht funktionieren können. Wobei das Mars-Setting irgendwie bescheuert ist dann. Mhm. Weil was macht das Mars-Setting so unique? Also du hättest ja nicht mit so einem Virus arbeiten können. Nee. Und was wäre denn noch geblieben? Also ich glaube nicht, dass das gut funktioniert hätte. Ich als alter Filmwissenschaftler, glaube das nicht. Filmwissenschaftler und Medienprofi. Und Medienprofi. Carsten, du bist so vielseitig. Ja, ist unglaublich. Ich bin dafür berühmt, in allem durchschnittlich zu sein. Ja, okay. Vielleicht wäre es was gewesen. Aber wie gesagt, ich kann es mir nicht vorstellen, weil ich weiß nicht, was das unique ist. Es wäre so, wie hättest du Die Hard auf Mars gespielt. Ja, wie dumm ist das dann? Oder Predator. Wie langweilig. Es gibt keinen Dschungel. Und deswegen auch bei Escape from New York, der hat ja irgendwie so eine bestimmte Atmosphäre durch diese Idee, dass Manhattan halt ein Gefängnis ist und so. Da hast du ja viel Abwechslung im Bild und das hast du auf dem Mars ja nicht. Da hast du Steine. Ja. Und braune Steine. Rot. Braune. Rot. Wir sind im Jahr 2020 braune. Aber im Film waren sie rot. Ja, okay. Dann rote Steine, die übrigens nach Topmaché aussahen. Also es war wirklich, nee. Also, nein, 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 nein. Nee, nee, nee. Was steht denn jetzt als, was ist unser letzter Film? Ja, ich habe es ja gerade schon verraten. Ich habe ja noch Someone's Watching Me ausgegraben. Ja. Ein relativ alter Film. Ist ja nicht schlimm. Ne. Also der ist nach Assault einzuordnen, also nach Anschlag bei Nacht und vor Halloween. kommt also aus dem Jahre 1978 und soll so ein bisschen Hitchcock mäßig sein. Das ist das unsichtbare Auge, ne? Genau. Okay. Okay, okay. Wo heißt sie schon bei Prime? Ja. Den gucken wir als nächstes und dann ist quasi, ja, also zumindest das Carpenter-Horror-Thema für uns durch. Weil das ist, ich habe noch mal geguckt, das ist tatsächlich der letzte. Dann haben wir das geschafft. Dann haben wir es geschafft. Krass, krass, krass. Das heißt, dass wir in der nächsten Folge, nee, wir haben ja noch einen Film. Einen Film fehlt ja noch. Genau. Den wollten wir ja unbedingt besprechen, auch wenn es kein Horrorfilm ist. Ja, genau. Aber dazu kommen wir dann später nochmal. Ganz genau. Wozu wir jetzt aber noch kommen, ist das Übliche. Und zwar, ihr kennt es, ihr könnt jetzt auch gerne spulen, wenn ihr wollt. Gerne Sterne. Gerne Sterne. Bitte hinterlasst uns. Es wäre sehr hilfreich, wenn ihr uns eine Sternebewertung auf Audible, Apple Podcast oder Spotify hinterlassen würdet. Das würde unsere Reichweite erhöhen. Gleichzeitig könnt ihr auch gerne euren Freunden, Kollegen oder sonstigen von uns erzählen. Vielleicht nicht von dieser Folge, weil die war schon arg übel mit einigen Aussagen. Obwohl die gar, nein, komm. Im Vergleich ging das doch jetzt. Im Vergleich ging das. Also wenn ich da an die Folge da zuvor denke, glaube ich, habe ich mich, haben wir uns, haben wir uns, ich nehme dich da mit rein, haben wir uns da ganz gut genommen. Jetzt sitze ich im selben Boot wie du. Jetzt sitzt du mit dem Rassisten im Boot. Mit dem Chauvinisten, dachte ich jetzt eher. Ein Chauvin-Rassisten. Irgendwas wird immer entfallen. Nein, Quatsch. Ein Rannist. Ein Rannist. Natürlich nicht. Natürlich nicht. Und wenn ihr das gut findet, wenn ihr sagt, boah, die haben doch recht mit dem, was wir sagen, dann entfolgt uns bitte. So. Nämlich so. Und wenn ihr aber noch coole Ideen habt, weil wir jetzt mit Carpenter quasi durch sind, was wir vielleicht uns als nächstes Mal vornehmen könnten. Ja, nennt uns einen Wunsch. Dann macht das doch mal bitte. Genau, weil die nächsten Chroniken wird es geben, aber wir wollen in der Zwischenzeit mal ein bisschen nochmal, ja nicht normal Horrorfilme, wollen wir ein bisschen wieder aus der Reihe mit anderen, über andere Horrorfilme sprechen. Ich habe schon einen in petto. Ich hätte auch schon ein, zwei Ideen. Also da freue ich mich tierisch drauf, den vorzustellen. Und ich freue mich auch tierisch darauf, irgendwie herauszufinden, wie man den gucken kann. Also da gibt es schon Material, aber ihr könnt uns wirklich sehr, sehr gerne einen Wunsch äußern. Oder wenn ihr eine Idee habt, was müssen die beiden Dullis mal gesehen haben. Ja, oder auch einfach ein super schlechter Film. Oh ja, bitte. Wenn ihr, wenn ihr unseren Podcast nicht mögt und uns quälen wollt. Ja, könnt ihr uns auch einen Scheißfilm geben. Es ist auch voll okay. Den gucken wir auch und den besprechen wir dann auch knallhart. Absolut. Absolut. Es wird auch irgendwann eine Folge zu Human Centipede geben. Oh ja. Da freue ich mich ja schon drauf. Und dann gibt es eine Folge zu Matheus und die wird dann, glaube ich, die ernsteste Folge ever. Nee, die ernsteste Folge ever haben wir hinter uns. Das war unsere erste. Ja, das war auch. Ich glaube, ernster wird es nicht. Aber ich glaube, Matheus könnte da auch ganz nah, der könnte auch am Thron, an dem Stuhlbein sägen. Naja. Dann, wie gesagt, Weitersagen hilft und wir hören uns dann in der nächsten Woche mit Das unsichtbare Auge. Ganz genau. Das finde ich aber ein schöner Titel. Ne? Das ist gut. Somebody's Watching Me. Das ist doch auch, glaube ich, ein Song aus den 80ern. Egal. Ja, das war aber Someone's Watching Me. Ah. Also so heißt der Filmtitel und Somebody's ist, glaube ich, der Stimmt. Somebody's Watching Me. Schönes. Geil. Schönes Ding, ja. Bevor wir jetzt hier wieder komplett ausrasten. Bevor ich hier wieder komplett das Outro halt zerstöre, sagen wir einfach nur Habt einen schönen Tag und bis demnächst. Tschüss. 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 Musik Untertitelung des ZDF, 2020